ja und heute ist der alexander war jetzt bei mir alex ich hoffe ich hab's richtig ausgedrückt es gibt ja auch noch einen spitznamen aber da kommen dann später dazu der alex ist auch bei uns bei permanent im team und wir haben ja gesagt dass unser podcast zukunft einfach machen ein podcast von permanent ist und es geht bei uns immer um unser team um unsere mitarbeitenden und heute wie gesagt ist der alex bei mir grüß dich alex ja grüß dich martin also zunächst die antwort ja es war perfekt ausgesprochen das freut mich und wie du schon gesagt hast zu meinem rufnamen kommen wir da noch sehr gut alles klar ja wir machen das hier immer so dass sich die gäste selbst vorstellen und damit wir einfach ein bisschen lockerer werden habe ich da so ein paar kleine spielchen vorbereitet und wir fangen an mit unserer lockerungsübung das nennen wir relaxation da stellst du dich jetzt bitte selbst vor aber dafür habe ich ein paar fragen vorbereitet die ich dir stelle und es gibt einen joker den darfst du dann setzen wenn du eine frage nicht beantworten möchtest okay kann es losgehen absolut alles klar wie alt bist du ich bin 60 jahre jung wie alt möchtest du werden da schnauft er da schnauft er ganz genau ja gut das ist eine richtig gute frage habe kurz über den joker nachgedacht aber nicht nicht wirklich ich möchte so alt werden dass ich mich immer noch einigermaßen jung fühle wie lautet dein spitzname jetzt haben wir es ja ich bin ja der alexander mit komischer schreibweise das ist die original schreibweise mit mit ks und ar am ende und ich habe mir sagen lassen da das so ein bisschen aus dem slawischen russischen jugoslawischen kommt dass mein spitzname sascha so eine art kose form ist und gibt ja ein paar sportler zum beispiel die kennt man auch die so ähnlich heißen auch so gerufen werden und ich reagiere auf sascha und das eben seitdem ich auf meinen namen reagiere okay dann machen wir das jetzt auch so dass ich ab jetzt sascha sage ganz klar das ist nett danke sascha noch neu dabei aber wie lange bist du schon bei permanent ja noch neu dabei ich glaube am gestern oder vorgestern am fünften ja gestern gestern hat der fünfte monat begonnen ja wenn ich richtig rechne der fünfte monat also vier monate und einen tag wie sieht die erste stunde deines tages aus meines arbeitstages das ist eine gute gegenfrage wir nehmen jetzt mal irgendeinen tag also ja ein arbeitstag das ist das was uns ja auch interessiert ja der arbeitstag also ich bin gerne im büro da würde ich sagen möchte ich fühle mich hier in dem büro sowohl und ich bin gerne früh im büro guckt da gar nicht auf die uhrzeit das ist bei mir immer ein bisschen verkehrsabhängig wie früh aber ich bin mindestens eine halbe stunde stunde früher im büro als so die üblichen büro zeichen sind zeiten sind und der sieht so aus dass ich mich erst mal so ein bisschen sammeln dann die frage nach dem heiß getränk kläre für mich pc einschalte und dann mein tag plane das heißt ich bin ja auch im vertrieb im sales tätig und gucke dann einfach was ist so passiert auf den plattformen wie wie linkedin in unserem crm system gibt es neue meldungen gibt es mails wen muss ich anrufen was muss ich erledigen was sind die to do's des tages wo brauche ich zeiten um mich vorzubereiten auf eventuelle meetings die anstehen und freue mich dadurch weil ich halt ein bisschen früher bin wenn dann so stück für stück kollegen eintrudeln und sich dann auch bereit machen aber ich fühle mich da immer schon so mittendrin ok welche drei charaktereigenschaften treffen auf dich zu ich bin sehr zuverlässig ich bin pünktlich wobei das nicht unbedingt eine charaktereigenschaft ist die einen sagen so die anderen sagen so ich bin hilfsbereit und lernbegierig neugierig lernbegierig ok was sind deine stärken ja gut gute frage ja fällt fallen mir viel einige dinge ein was bedeutet dass ich schon finde dass ich stärken habe oder einige habe aber meine charaktereigenschaften sind auch meine ich glaube zuverlässigkeit pünktlichkeit hilfsbereitschaft ist auf jeden fall da ich habe so eine eigenschaft ich habe ein ausgeprägtes gerechtigkeitsempfinden ich mag ungerechtigkeiten nicht und da gehe ich manchmal auch dazwischen wenn ich finde dass ich oder auch andere ungerecht behandelt werden ok jetzt waren wir bei den stärken jetzt was sind denn deine schwächen ja ich bin ungeduldig also gerade so im 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 geschäftlichen das ist irgendwie auch ein unterschied bei mir zwischen privat und geschäftlich gelte im privaten ganz super geduldig sehr geduldig und habe auch lasse ich habe ja eine ganze menge kinder und auch enkelkinder mittlerweile da lasse ich eher so ein bisschen laufen und die erfahrung selber machen im im geschäft bin ich ungeduldig aber auch mit mir selber also da schieße ich vielleicht manchmal zu schnell über das ziel hinaus ohne so meine maxine maxime zu befolgen sich erst mal zu sagen moment und dann in ruhe zu antworten also ungeduld und geduld was sagen denn deine kolleginnen und kollegen über dich ja das ist auch eine gute frage weil wir gerade hier bei bei permanent hatten wir kürzlich ein team meeting was wir einmal im monat haben wo das ganze team zusammenkommt und da ist ganz viel über mich gesagt worden was mich auch gerührt hat einfach die hilfsbereitschaft und zuverlässigkeit auch natürlich glaube ich auch und und die offenheit ich bin sehr offen also ich trage mein mein herz schon so ein bisschen auf der zunge und ja und dieses gerechtigkeitsgefühl und die offenheit und ehrlichkeit glaube ich werden wertgeschätzt das gefühl hatte ich okay was war dein bisher größter fuck up in meinem leben ja da schnauft er da schnauft er weil ja weil ich weil ich nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig in der vergangenheit lebe oder leben möchte und deshalb aus den aus den fuck ups und es gab mit sicherheit welche lerne aber sie dann heute also dann hoffe dass ich daraus gelernt habe und ich mich das schwer tun würde was so mein größter fuck up war ja ich denke hier ist ja an ein 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 podcast in dem man so ein bisschen gemischt geschäft privatlich redet ne ja gerne und um vielleicht ist das der größte fuck up so die die das eben das mit der ganz ganz langen fast dreißigjährigen beziehung dann eben doch nicht gut gegangen ist mit vier kindern also das ist so ein bisschen wie so eine niederlage was ich nie wollte was nie so richtig was mein plan war ein ganz anderer wobei das nicht heißt dass es irgendeine form von stress gibt oder so sondern ganz im gegenteil alles gut ist es ist einfach so eine phase habe ich lernen lernen müssen in gewisser weise auch wo es einfach irgendwie auch in verschiedene richtungen geht aber man trotzdem toll und gut damit an an umgehen kann und dadurch ist die gefühlte niederlage im nachhinein jetzt nach ja auch einiger zeit die vergangen ist schon so dass wenn ich mir eben mich und meine kinder angucke alles gut ist und wir dann doch einiges richtig gemacht haben ich glaube jetzt sind wir schon genau auf dem richtigen weg zur nächsten frage zur antwort auf die nächste frage nämlich was ist denn dein größter erfolg ja also spontan beim größter erfolg ist für mich ich habe vier erwachsene tolle kinder die überall toll angenommen werden die offen sind die hilfsbereit sind die im berufsleben stehen und immerhin bei einer alters range von 23 bis 33 ja mitten in der in der generation set drin sind kann man so ungefähr sagen die aber tatsächlich bücher lesen können und wissen was bücher sind und werte haben die wir als eltern gut vermittelt haben und das ist das ist mein größter erfolg sehr schön so jetzt bist du eine nachteule oder eine lerche nachteule wie lange hast du denn heute morgen geschlafen da du ja weißt dass ich so ein bisschen so ein wortklauber bin ist die lange die frage wie lange ich geschlafen habe für mich schwierig zu beantworten wie lange habe ich die nacht geschlafen sechs stunden wann bin ich heute morgen aufgewacht um sechs uhr fünfzehn passt sehr gut letzte frage für diese lockerungsübung ist welchen traum möchtest du dir unbedingt noch erfüllen du müsstest gleich sagen da schnaubt er wieder da schnaubt er kann ich kann ich also würde ich jetzt mal aus den gründen weil ich normalerweise den joker nicht setze jetzt den joker setzen weil ich aber deshalb weil ich viele träume erfüllt habe und keinen so wirklichen traum habe also kein traum habe was ich noch erreichen muss möchte checkliste alles was ich machen wollte habe ich gemacht alles was ich tun wollte habe ich gemacht ich bin zufrieden ich ja ich stehe im leben doch ein kleiner traum ich nehme den joker doch nicht ich nehme den joker zurück ein traum das ist auch wieder ein persönlicher traum ist ich möchte gerne irgendwann die 90 kilo wieder nach unten knacken super ja irgendwann bin ich dann auch mal selbst zu gast in meinem permanent podcast und dann denkst du an diesen traum dann denke ich an diesen traum weil ich glaube den habe ich auch so okay also du hast den joker nicht gebraucht das ist doch super wir haben die erste lockerungsübung hinter uns gebracht danke dir erstmal dafür jetzt wird es ein bisschen schneller weil jetzt immer schon ein bisschen locker drin und zwar kommt jetzt das spiel kaffee oder tee ich sage dir immer zwei dinge und du kannst ja uns verraten was dir davon lieber ist und du möchtest eine kurze knappe antwort oh ja das fällt dir das schwer bei bestimmten fragen würde es mir schwerfallen ja wir schauen mal ne also ich fange an mit der einfachsten frage nämlich die die auch die den namen des spiels gibt also kaffee oder tee stelle ich mir jeden morgen die frage tee gewinnt meistens manchmal kaffee fasching oder karneval joker gibt es jetzt hier auch einen joker das wusste ich noch gar nicht jetzt tut mir leid ich beantworte dass ich weder noch weder noch mehr oder berge mehr android oder ios ganz klar ios windows oder apple ist dann wahrscheinlich auch eindeutig eindeutig windows ok vanille oder schoko haselnuss haselnuss vanille oder schoko also ok haselnuss lassen wir gelten anrufen oder schreiben anrufen sprachnachricht oder schreiben schreiben fahrrad oder auto fahrrad helene fischer oder robbie williams vor einer woche war ich auf dem robbie williams konzert deshalb erledigt sich die frage glaube ich also robbie williams klar weil tagesschau oder heute journal tagesschau rückgrat oder dickes fell rückgrat und die letzte der letzte punkt ich ahne die antwort zehn jahre zukunft oder zehn jahre vergangenheit zukunft sehr gut letzter part des kennenlernens heißt auto vervollständigung ich fange immer mit dem satz an und du machst den satz zu ende das letzte buch was ich gelesen habe gewaltfreie kommunikation von marcus rosenberg in der schule hatte ich viel spaß sehr gut mein erster kinofilm james bond jagd dr no mein tollstes konzert erlebnis war bob marley einen tag lang möchte ich tauschen mit nur einen tag lang also ja ja einen tag lang möchte ich tauschen mit das fällt dir schwer hier gibt es kein joker joe biden im supermarkt kaufe ich kein billig fleisch ich freue mich sehr wenn ich glückliche und zufriedene gesichter in diesem fall sogar im geschäft also in bei der arbeit habe und das mit erfolg zusammenhängt ich bin traurig wenn wenn es anders nicht gut geht wenn krankheiten wenn krankheiten eine rolle spielen ja was mich wirklich nervt ist ungerechtigkeit unehrlichkeit ich liebe mein job meine kinder meine familie dementsprechend kinder und enkel mein job mag ich besonders weil weil ich in dem hohen alter in dem ich bin ja erst vor kurzem gewechselt habe und ganz neue auch erfahrungen mache hier mit einem team dass ich in anführungszeichen auch liebe und und mir das riesen spaß macht einem guten freund der mich in der firma besucht zeige ich stelle ich meine kollegen vor und zeige sie dementsprechend auch und das büro corona hat mir gezeigt dass unser unser ja unser luxus unser unser ja das so wie wir leben angreifbar ist und ganz schnell auch in andere richtungen gehen kann und wir uns manchmal darauf beschränken sollten oder einfach mal wie man so schön sagt auf hohem niveau jammern uns klar machen sollten wie gut es uns eigentlich hier in deutschland geht ich esse am liebsten ja ich esse gerne sieht man ja auch aber ich glaube an am liebsten ein gutes ribeis steak medium rare gebraten mit knoblauchspinat dazu und ein bisschen brokkoli jetzt habe ich schon letzte frage als letzte auto vervollständigung frage ist es ja keine letzte auto vervollständigung meine geheime superkraft ist geheime superkraft ist dass ich in der lage bin aus kritischen gesprächen oder in kritischen gesprächen mich nennen das immer so in die meter ebene zu versetzen und in erster linie versuche mich mit mir die argumente und argumentationen die kommen aus der sicht des anderen oder meines gegenübers zu schildern also mich in die rolle des anderen versetze um zu verstehen was der oder diejenige möchte oder in welcher situation der oder die nicht diejenige ist ja sehr schön jetzt haben wir die spiele hinter uns gebracht das geschafft das ist die vorstellung gewesen ja jetzt immer drin im thema ich freue mich sehr dass du da bist nochmal sage ich dir gerne und die vorstellung hat schon sehr viel spaß gemacht der heutige podcast hat das thema employee experience und jetzt bin ich ganz gespannt was du uns dazu vielleicht sagen kannst was verstehst du denn unter employee experience und was erwartest du persönlich in bezug auf die employee experience ja ich müsste da im prinzip da ansetzen bevor ich hier angefangen habe ja da habe ich nämlich unter diesem begriff gar nichts darunter verstanden und mir da auch die gedanken zugemacht und dann habe ich die permanent kennengelernt und war ja hellauf begeistert eigentlich vom ersten gespräch an ich war ja auch sehr ich habe auf vielen kanälen den kontakt hier den kontakt gesucht und schnell auch als vertriebler schnelligkeit schnell frist langsam und ja wir sind uns schnell einig geworden ich habe es schnell das team kennengelernt und dann kam dieses berühmte onboarding was ja mit der mit der employee experience dann auch zu tun hat heute weiß ich natürlich was das genau bedeutet und wie genau das aussieht und ich hatte diese experience hier also ich hatte sie schon dementsprechend dass ich eine woche von meinem eigentlichen job beginn bereits beim ersten team meeting hier herzlich aufgenommen wurde dass ich bereits in in unserem hr tool daten eingeben konnte faszinierend für mich als itler auch vor allem weil alles mit windows war schon meine meine verträge meine krankenversicherungsbescheinigung all das hochzuladen und schon so mittendrin zu sein und ganz früh eben schon ohne überhaupt irgendeine ahnung davon zu haben was hier so abgeht mittendrin zu sein und die experience war so dass ich keine zwei drei wochen hier war und jeder mich fragte weil ich dann natürlich immer überall mitreden möchte wie lange bist du noch mal genau hier und ja und das sich bis heute durchzieht weil es ist immer noch unfassbar dass ich gerade mal vier monate hier bin weil ich super viel gelernt habe super viel mache und das ist für mich die employee experience wie wie komme ich in ein unternehmen wie wie fängt das an wann fängt es überhaupt an mit dem ersten tag des arbeitstags oder bereits vorher über kontakte über gespräche was bietet die firma und ich habe ja hier solche tools wie wenn du was wir hier haben ein onboarding tool mit videos ich habe es verschlungen habe die menschen da schon mal die ich ja vom gesicht her gesehen habe gesehen die mir produkte erklärt haben die mir die einzelnen die einzelnen bereiche erklärt haben ich habe nicht alles verstanden ist ja auch unmöglich aber das fand ich toll und das habe ich so als experience also erfahrung noch nicht erlebt das klingt ja wirklich gut jetzt hast du sogar schon weiter ausgeholt zu der employee experience gehört ja auch noch das hast du schon selbst gesagt eine phase davor dazu also das das recruiting und die candidate experience vielleicht magst du uns da auch noch ein bisschen was zu erzählen warum hast du dich denn für permanent entschieden wie war denn der weg vorher ja wenn ich so von dem begriff kandidat experience ausgeht dann habe ich so dann sollte man ja erst mal kandidat sein und ich habe irgendwie so gedacht ich bin ja so ein ein kandidatchen weil es ja alles so schnell ging ich hatte gar nicht die zeit zum echten kandidaten zu wachsen in dem moment habe natürlich die erfahrung der vergangenheit schon gemacht und die waren negativ also wenn ich mal wieder auf die fuck up erlebnisse zurück zu kommen sollte ja die nicht schön waren hier waren sie so wie gesagt dass ich wie bin ich zu permanent gekommen tatsächlich über eine empfehlung über eine empfehlung eines gemeinsamen freundes mit dirklin meinem podcast vorgänger sozusagen der sagte ruf den mal an ich kenne dich ich kenne den und schau mal und dann habe ich dirklin gegoogelt und dann lief meine festplatte voll und mit informationen auf den social media kanälen auf den youtube geschichten linkedin geschichten und habe mir tatsächlich über 100 videos der permanent angeschaut im vorlauf da warst du aber fleißig oder ja ich bin ja eine nachtäule habe ich ja schon gesagt und dann ob ich jetzt permanent gucke oder auf netflix oder sonst irgendwo etwas für mich war das da spannender und neugieriger und ich habe natürlich auch ganz viel über diese schlagworte new work und mitarbeiterstimmung engagement schon im vor hinein gelernt was ich vielleicht sonst erst gelernt hätte wenn ich hier gesessen hätte jetzt hast du aber die stichwörter hier rausgehauen da kriege ich sofort drauf ein also ich habe mir noch notiert onboarding culture new work und da kannst du jetzt auch noch bestimmt da was dazu erzählen also du hast das onboarding vorhin schon so ein bisschen beschrieben aber zum thema culture bei permanent da kannst du doch bestimmt noch ein bisschen was sagen absolut das erste was ich sagen möchte ich bin ja ich bin ja ich mag ich mag die deutsche sprache das kriegen ja meine kollegen immer wieder mit weil ich ja viel auch auch korrigiere so mit rechtschreibung und solche geschichten aber auch ein bisschen texte und da auch ganz kreativ bin und ideen habe und deshalb mag ich culture mag ich ich mag aber auch kultur und arbeitskultur und ich mag experience aber auch erfahrung ich mag candidate aber auch kandidat und new work würde ich so stehen lassen weil neue arbeit hört sich komisch an und was sagtest du da war noch eins onboarding und das würde ich auch so stehen lassen als fachbegriff weil das ist ja und das habe ich ja auch einiges davon gelernt wie komme ich an bord und wie wird mir das hier erklärt und wie wird mir das gezeigt und das war super toll ich habe es ja schon ein bisschen beschrieben die kultur hier die philosophie und kultur des unternehmens ist sensationell und ich hoffe nicht einmalig weil wir daran arbeiten und das hat mich so fasziniert an auch ein paar vorträgen auf youtube das projekt 2035 dass wir bis dahin die kultur und jetzt komme ich mit dem nächsten begriff change management also ändern dass wir die kultur verändern können und vielleicht der großteil der der arbeitgeber und nehmert kultur in deutschland sich in unsere richtung bewegt dann hätten wir viel erreicht was möchtest du denn für dich ich meine du hast jetzt gerade gesagt 2035 also was möchtest du für dich mit permanent und für permanent auch erreichen was sind deine ziele mein mein und jetzt kommen wir vielleicht doch zu einem traum wäre dass wir in 20 in 2035 bei einem exzellenten rotwein hier sitzen oder wer möchte champagner oder wer möchte weißwein oder wer möchte prosecco ist mir egal aber es geht um die gemütliche und gute runde die anstößt auf diesen traum die ziele die wir erreicht haben und da würde ich noch gerne dabei sein super ach es ist so schön dir zuzuhören weil du so viel zu erzählen hast hilf mir mal und sag mir doch mal wen soll ich als nächstes als gast in diesen podcast einladen du bist jetzt ja dazugekommen vor vier monaten und hast alle kennengelernt und jetzt würde mich mal interessieren was du denkst wer der nächste sein sollte den ich einlade oder die nächste ja jetzt das erste was mir wieder anfällt ist könntest du bitte den joker einladen und ja gute frage martin ich keine ahnung ich kann das nicht wirklich beantworten ich finde hier ja viele spannend also marianna und und marcus die beiden anderen geschäftsführer sind super spannend weil ja jeder von denen auch anders tickt was man übrigens auf youtube sehen kann über tolle videos die da sind wer tickt wie die kollegen ist jeder kollege hier hat irgendwie eine super tolle geschichte und und stellt etwas da und macht spaß und wenn ich wenn ich jetzt wirklich total objektiv nicht subjektiv wenn ich wenn ich entschuldigung wenn ich subjektiv dir eine empfehlung gebe weil weil es mir so viel spaß macht und ich kinder so gern mag also ich ich finde toll wenn menschen sich fortpflanzen und freue mich über jedes baby was in der welt ist würde ich dann jetzt sagen ähm mach das mit lana na siehste siehst du da habe ich doch eine aussage mit der ich was anfangen kann genau und ähm so werden wir das dann auch machen also lana wenn du das hörst weißt ja schon bescheid der martin meldet sich bei dir für dass wir den nächsten podcast zusammen planen langsam kommen wir zum ende wir wollen ja auch nicht zu lange hier deine zeit in anspruch nehmen lieber sascha vielleicht hast du noch etwas was du den zuhörern jetzt gerne äh als sascha mitgeben möchtest ja ich hätte den aufruf ich hätte einmal den aufruf dass viele kennenlernen also diese diese kultur kennenlernen die 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 auch auch die liebe und die lust die hier die menschen verspüren das weiter zu geben und die arbeitswelt besser zu machen und ja diese dieses diese ohne hierarchien also so ohne echte hierarchien die man so die man ja so kennt die wir so kennen die ich so kenne in der vergangenheit kennengelernt habe ähm und das ich finde dass es das wert ist und und jeder der das hier hört guckt sich wirklich bitte unsere ähm verschiedenen posts auf den verschiedenen kanälen an und sollte mit uns sprechen wenn er sich nicht in dem wiederfindet oder sie natürlich nicht in dem wiederfindet wovon wir hier erzählen wovon ich gerade ja relativ begeistert erzähle so siehst du jetzt haben wir schon geschafft ich danke dir das war ein perfektes schlusswort das war der podcast mit dem sascha sascha ich sage dankeschön wirklich danke für dafür dass du mitgemacht hast und ähm ja bis demnächst martin ich danke dir für diese sensationell gute idee und sensationell gute idee die die mir unheimlich viel spaß macht auch hier das war mein erstes mal ich war jungfräulich vor das podcast angeht ja also zumindest was das erstellen oder den ein teil des postcards zu sein ich habe natürlich schon mal welche gehört natürlich und freue mich über alles was hier noch kommt mit dir danke dir und dann bis demnächst wir sehen uns bis dann ciao danke martin tschüss wie hey schau p guy Untertitelung des ZDF, 2020